Er ist ein Draufgänger am Klavier, wie Mozart. Markus Schirmer spielt die beiden großen Moll-Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart mit einem Orchester aus Boston, A Far Cry. Und sie musizieren, wie Mozart selbst gespielt hat, kammermusikalisch, im direkten Dialog zwischen Orchester und Solist. Daraus entsteht ein Gefühl von Freiheit, das diese Musik unbedingt braucht. Mozart hat sich in diesen Stücken die Freiheit erkomponiert und ihm folgen Markus Schirmer und A Far Cry.